Hey Freunde, auf einen neuen Vlog, da gibt es ein gutes Glas Warn, warum ich gerade einen Spritzer trinke, weil die Flasche offen war. Jetzt geht es gleich los mit der Real Talk Challenge. Haut rein Leute. Freunde, wir müssen euch noch kurz gedulden. Okay Leute, ihr wartet alle auf die Wochen Challenge, aber vorher muss ich da noch einfach. Geile Erdbeer Roulade. Leute. Schaut, wie geil das ausschaut, Digga. Und es schmeckt noch geiler, als es ausschaut. Ich werde das in Ruhe essen und jetzt kommt dann gleich die Real Talk Challenge. Einen Moment noch, ich kann die Real Talk Challenge noch nicht machen, bevor ich das hier gemacht habe. Den haben wir schon mal gesehen, den Donut. Ich schwörzeig, jetzt kommt wirklich die Real Talk Challenge. Schaut rein Leute. So meine Lieben, nach dem ganzen Gefresse gibt es jetzt endlich die Mood Box. Mal gucken, mal gucken, was uns heute erwartet, wenn es die Woche hält. Mal gucken, mal gucken. Ah, ist noch keiner rausgeflogen. Digga, so lange hat das noch nie dauert. Die richtige Challenge ist noch nicht da. Hey Digga, normalerweise fliegt immer einer raus, sonst muss ich eine ziehen. Probieren wir es noch einmal. Das sind Tatsache... Ich habe ein paar rausgeflogen. Es geht nicht. Ich kriege die Karte nicht vom Boden weg. Okay. Ich mache das noch einmal ganz spezifisch. Aber da wird nichts rausfliegen, wenn es zu wenig sind. Okay, ich tue es einmal mischen. Und die habe ich in der Hand. Digga. Normalerweise funktioniert das besser. Geh allein ins Kino und sieh deinen Film deiner Wahl an. Verbringe jeden Tag etwas Zeit mit dir selbst. Digga, ich nehme mich mit ins Kino. Es geht Kino. Vielleicht sogar heute noch, Digga, ich habe schon was gespielt. Küsschen aufs Nüsschen. Bis gleich. Leute. Ey Freunde. Da. Ich war allein im Kino und habe mir fantastische Tierwesen 3 angeschaut. Dumbledore's Geheimnisse. Der Film wäre echt gut. Aber allein ins Kino gehen war mal eine interessante Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich will es nicht noch einmal tun, weil es irgendetwas komisch ist, wenn man allein ins Kino geht. Aber gönnt euch. Wer das ausprobieren will, macht ruhig. Ja. War eine Erfahrung. Challenge gemastert. Und ich gehe jetzt schlafen. Bis zum nächsten Schnitt. Ciao, ciao. Hey Freunde. Das war's mit dem Wochenflog. Jetzt ist Montag übrigens heute. Da kommt raus das Video. Und... Und... Jo. Die Woche. Ich mache jetzt keinen Vlog die Woche. Weil ich gerade an einem Projekt arbeite für meine Gesundheit. Kommt nach einem Monat. Ein Video. Aber ist ja wurscht Leute. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und haut rein Leute. Dann, bye bye. Tschüss.